Hallo, Dominik von 4K4M.de für euch von der Samsung Roadshow. Ich möchte euch die neue One Connect Box Mini vorstellen, die es jetzt sofort bei allen Modellen ab der 7000er Serie geben wird, also 7000er, 8000er, 9000er Serie. Die große One Connect Box, die es damals noch gab, die wird es in dem Sinne nicht mehr geben. Jetzt sind aber alle wichtigen Anschlüsse vorhanden. Wir haben hier den One Connector auf der Seite. Fangen wir mal hier an. Den One Connector auf der einen Seite, 4 HDMI 2.0 mit HDCP 2.2 natürlich. Dann je nach Ausstattung zwei Satellitenanschlüsse, einen Antennenanschluss. Auf dieser Seite haben wir den optischen Audioausgang. Auf der anderen haben wir dann noch einen USB 2.0, nein zwei USB 2.0 Anschlüsse. Diese Anschlüsse werden dann quasi erweitert und die Anschlüsse, die direkt am Gerät sind. Diese sind aber meistens hinter diesen Klappen. Ich zeig das nur hier mal. An diesem Beispiel sind immer so Klappen, damit die Modelle auch sehr ansehnlich sind von hinten. Das sind dann die weiteren Anschlüsse versteckt, falls es welche gibt. Wie zum Beispiel vielleicht ein USB 3.0 oder ein Composite oder was auch immer. Also ab der 7er Serie darf man sich über diese kleine Box hier freuen. Die Infos findet ihr auf 4kfilme.de und auf unserer Facebook-Seite oder auf unserem Youtube-Channel. Bis dann!